Yo Brudis. Na ihr Nudeln? Yo was geht ab? Mein Name ist T-A-Doppel-D-L. Und Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Aura. Willkommen zu einer neuen Folge von Ari, Izzy und Taddle. Man, was machen wir hier, Alter? Wir machen nicht was. Ich mach richtig viel grad, Alter. Ich mach eigentlich auch relativ viel. Ja, ich mach richtig viel. Guck mal, ich mach auch richtig viel, Taddle. Was denn? Ja, fick dich. Junge, du hast jetzt Erde verschwendet. Ne, ich hab die eingesammelt. Nein. Klar hab ich die eingesammelt. Nein. Oh! Hä? Du Spasti. Hä? Ich belebe mich jetzt einfach wieder. Nein. Hallo. Junge, du musst aussetzen. Du musst aussetzen, du hast mich getötet, das war die Regel. Ja, du auch. Der, der stirbt, muss auch immer aussetzen. Au, wenn du mich tötest? Warum? Ja. Weil du gestorben bist. Ja, wenn... Junge. Junge, ich hoffe für dich, dass nicht alles runtergefallen ist. Jetzt setzt aus. Als ob. Ey Leute, was machen wir hier? Alter, das kannst du nicht machen, Mann. Es ist nicht runtergefallen. Alter, vor allem, du spielst grad einfach, obwohl du nicht darfst. Du musst... Ach, Adi ist jetzt doch noch drin. Ja, er hat sich einfach wieder... Er hat sich einfach wiederbelebt und mich gekillt. Ja, ich wollte Simon anrufen, nach den Regeln fragen, wenn mir jemand die Regeln erklärt. Oh, bist du ein Spasti, Alter. Was? Vorsicht, hinter uns! Nee! What? Isi! Bist du tot? Ja! Och, nö. Isi, sind da meine Sachen? Ja. Sammel dir alle ein, sammel dir alle ein. Ich muss halt einen Mantel. Okay, jetzt muss ich... Ah! Nein! 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 Ey, das war auch wieder der Hammer. Soll ich sagen, was passiert ist? Das war ja mal der Over. Ich hatte zum Glück wirklich keine wertvollen Sachen dabei eigentlich. Bis auf einen fast komplett kaputten Bogen. Nee, aber soll ich sagen, was gerade mein Fehler war? War es halt erwartet. Aber es gab ja schon öfters mal hier ein Projekt. Oh! Oh! Nein! 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 Oh, weia! Oh, weia! Oh, weia! Seitdem hat der eine Rüstung. Komm! Hau es ab! Hau es ab! Wo kamen denn die alle auf einmal her? Nein! Oh, erschrecke ich mich hier! Ich darf nicht nochmal sterben. Ich bin ja gerade erst gestorben. Oh! Oh! Alter Falter! Was mache ich denn hier? Ah, ich kann ja mal bei... Nein! Du hast die Tür aufgemacht! Nein, habe ich nicht. Hä? Das war Gomme. Mein, mein, mein scheiß Schwert ist fast kaputt. Ich habe rein gar nichts. Ich habe nicht meine Cobblestone. In der Kiste ist nichts mehr Cobblestone. Der Zombie ist unsischbar. Oh, mein Schwert ist kaputt. Ich kann nichts machen. Äh... Da kommen immer mehr. Ich versuche... Ne, ich kann nicht. Ich kann nicht. Invasion, Invasion. Hast du auf deiner Dorfinsel noch irgendwo Cobblestone sperrt oder irgendwas? Weil ich habe rein gar nichts. Äh... Oh Gott, meine Scheiß ist auch kaputt. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich renne rüber und schaue schnell. Weil sonst kann ich gar nichts machen. Was denkt Gomm ist ich denn dabei? Mal sozialen Bauern was ab. Ist natürlich das, äh... Dass das hier irgendwie... Uh... Nur die unteren Abbau, Leute. Oh nein! Dina, warum tust du mir das? Ah... 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 Warum? Warum, Dina? Warum? Wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Ah... Oh Gott. Ah, verdammte Kacke! Wartet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja herrsch. Eine plage. Oh, ne Karotte bekommen. Oh Gott! Oh Gott! Verdammte Scheiße! Oh! 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 Das habe ich getan! Oh Gott! Oh Gott! alter 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 zombie in versionen hoch 5000 alter ich hätte gedacht dass das so viele sind leute ich bin ganz so konzentriert alter ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich werde sterben geht weg man oh no oh no oh no fuck nein und tschau